Und damit willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Stranger Things. Wir machen hier weiter. Ah, ich weiß nicht, ob hier eine Röhre gewesen ist. Ne, ist keine, okay. Dann machen wir hier weiter. Ich glaube hier... Schwierig, war da irgendwo noch eine gewesen? Ich glaube nicht, aber da muss ich ja eh lang. Da muss ich ja eh lang. Was ist hier? Boah, theoretisch müssen wir alles nochmal neu abgehen, weil ich habe keinen Plan mehr, wo hier eine Röhre war und wo nicht. Keine, keine. Ach, hier hat man den Fernkampftypy gefunden. Der mit seiner Schleuder. So. Keine Röhre. Ach, es ist gut, dass die Gideon nicht wiederkommen. Das macht das alles sehr entspannt, das nachträgliche Anschauen. Sehr, sehr, sehr lässig. Ups. Ist da unten lang. Keine Ahnung, aber wir gehen da angucken. Ob es hier nicht irgendwo doch noch eine Röhre gibt. Ob es hier nicht irgendwo doch noch eine Röhre gibt. So, da haben wir zumindest den ersten Sein schon gleich komplett gecleart. Dann ist hier nicht ein einziges Geheimnis mehr. Das könnte eine Röhre sein. Ah, okay. Das ist keine Röhre. Hätte ich also, glaube ich, von Anfang an machen können. Eine Blaupause. Der Bauplan für eine Verteidigungslaser des Labors. Das interessiert Kellern bestimmt. Ah, nice. Okay, cool. Dann können wir Kellern gleich zwei Dinge geben. Okay, dann haben wir es jetzt komplett gecleart. Da habe ich das vorhin komplett übersehen gehabt anscheinend. Beim letzten Mal. Ich nehme mal die Dinge her ganz gerne noch mit. Weil Leben könnte darin sein. Okay, cool. Ja, sehr nice. Drei, zwei Fähling, glaube ich, noch. Sehr schön. Auf geht's. Dann haben wir das komplett fertig. Hier muss ich also nie, nie wieder hin. Den Wald müssten wir dann als nächstes machen. Ach so, Verlies verlassen könnte ich ja machen. So. Hier eine Röhre. Ich glaube ja, ne? Steinbruch. Aber der Wald interessiert mich viel mehr. Der war hier hinten, glaube ich, gewesen, ne? Auf geht's in den Wald. Was ist hier unten? Ja, eine kleine Wache hier drauf, ist klar. Dacht ihr, wäre ich sicher? Und dann sowas. Hm, 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 hm. Der düster Wald, war hier noch irgendwas? Ne. Da? Nein, das war der Dings gewesen. Da habe ich zuerst den Strahlenschutzanzug brauchte. So, hier müsste, ähm, der Typ müsste, ist ja noch da. Äh, hallo, hast du Kassette? Ich möchte ein Mix für einen Freund aufnehmen. Falls du eine leere Kassette findest, bringst du sie mir. Bitteschön, und für wen ist die Kassette? Nenn sie? Niemand, keine große Sache, ehrlich. Muss ja noch nicht peinlich sein. Genau, hier haben wir nämlich irgendwo noch eine Röhre noch, definitiv. Da hast du zum Beispiel eine. Da haben wir sogar noch zwei. Zwei Röhren in dem Ding hier. Gartenzwerg Nummer 1. Hier habe ich aber alles gefunden. Sonst kann das andere vielleicht auch für ein Item, äh, ein Item, was wir finden müssen. Bumble verirrt sich bei der Suche nach Trüffeln, nachdem ihn ein Bär vertrieben hat. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir immer noch Röhren waren. Ich gehe immer die ganzen Dungeons mal wieder lang. An mehr kann ich mich aber auch nicht mehr erinnern. Ach, neues Herz, ja, nice. Es kann sein, dass es vielleicht doch noch eine gab, aber mehr kann ich mich gerade nicht erinnern. An mehr Röhren, deswegen so trotzdem alles ab. So, wir haben hier... Hm, eine ganze Menge Gegenstände fehlen nur noch. Holy shit, äh, wie viel lang geht denn das Game noch? Gartenzwerge fehlen nur noch fünf. Herzstücke auch nicht mehr so viele. 21. In der Sammlung sind wir auch schon ganz gut dabei. Zack, zack. Genen gibt es ja glücklicherweise nicht mehr. Außer den einen wahrscheinlich noch. Oder vielleicht auch nicht mehr, man weiß. Da, wo ich die Trap wahrscheinlich verkackt habe. Genau, die Schlüsselkarte. Die hat der eine Typ noch. Boah, Alter, wie viele Räume es hier gab. Sieht auch keine Sau wirklich durch. Gut, nichts. Und so, hier müsste er jetzt immer noch da. Das hat hier eine Schlüsselkarte drin, die uns den Weg erleichtert hätte. Aber so, wie es ausschaut, kommen wir da auch nicht mehr ran. Wir hätten den Helm mit dem Bären killen können. Aber das ist leider verkackt. Ja, da komme ich nicht lang. Das heißt, ich muss unten lang laufen. Und da ist, glaube ich, auch keine Röhre. Wir gucken trotzdem lang. Wäre jetzt einfacher gewesen, ohne mit der Schlüsselkarte. Wir können theoretisch jetzt die eine kaufen für 200 und die da benutzen. Aber das hat irgendwie auch keinen Sinn. Das lasse ich lieber. Da laufe ich lieber außen rum. Ich weiß nicht, ob es hier einfach noch eine Röhre gab. Keine Ahnung. Deswegen muss man die Verlieser da abzuchen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Es wäre wirklich ärgerlich, wenn ich hier noch eine verpassen würde. Hier müsste das Gitter gewesen sein, da oben. Mit der Schlüsselkarte, genau. Und dann habe ich das Verlies auch komplett abgecheckt. Wunderbar. Das war's. So. Oh, wo war die andere Röhre? Guck mal was hier. Möchtest du etwas, Steve? Ja, ich würde heute Abend gerne mit Nancy ins Kino gehen. Könntest du mir im The Hawk Kinokarten besorgen? Fantastisch. Nancy, was meinst du? Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Klar, ich kann auch morgen Abend lernen. Zehn leben. So, wir gehen mal ganz kurz. Zur Schule will ich eigentlich wieder zurück. Da ist die Library. Da muss man auch gleich hin, ja. Unter mir ist es. Da gab's ja auf jeden Fall auch was mit der, mit dem Ding, sind da bin ich mir ziemlich sicher, mit der, oder ich würde mir hier noch die Kassette. Ich nehme ihn mit, schauen wir, wo die Röhren sind, das weiß ich aber auch schon gar nicht mehr, ob hier eine Röhre war, da habe ich schon gar nicht mehr wirklich drauf geachtet, aber die muss auf jeden Fall eine Röhre sein. Die Kassette hätte ich hier ansonsten gefunden, und da kann man nicht wieder normal mit dem Ding, das weiß ich noch gar nicht. Hoffen wir noch weiter machen können, ob wir noch weiter die Röhren suchen, da haben wir eine, da haben wir die Kassette. Ich würde schon ganz gerne das auch noch absuchen. Ich weiß halt echt nicht mehr, ob es hier irgendwo noch andere Röhren gab. Und dann theoretisch den Steinbruch, aber da war, glaube ich, nur die Röhre hinter dem Bär gewesen. Millionenwege. So, hier geht's ja gleich zu dem Dings rüber. Eigentlich will ich das um die andere machen jetzt schon. Achso, hier kann ich nur mit ihm, ja. Gut, wunderbar, da hat sich das eh erledigt. Dann kann ich hier mit dem Charakter gar nicht wechseln. Das heißt, den Teil können wir uns da ersparen, da hinten. So, wir haben eigentlich alles hier bekommen, aber man weiß ja nie, ob hier irgendwo noch ein Gartenzwerg oder ein Teil rumliegt. Da kommt man eh nicht rüber, rechts muss ich noch lang. Da ist keine Röhre. Dann haben wir den Teil hier oben auch erledigt. Ich glaube, das war die rechte Tür von zweien gewesen, genau. Keine Röhre. Keine Röhre. Habe ich, habe ich, habe ich. Ach, da war die Röhre, ja, okay, alles gut. Sieht in Ordnung aus. Na ja, hier oben noch. Ne, stimmt, da muss ich auch noch lang. Gab ja noch einen weiteren Weg. Und zwar, als wenn wir alle normal waren. Das giftige Ding da. Da kommen wir so leider nicht lang, oder? Ne. Gut, um mich dann doch kurz da lang zu laden. Aber ich glaube, da durften ja alle Secrets schon gelöst, äh, alle Rätsel schon gelöst sein. Und alle Gegner besiegt sein. Na, als wir wieder normal waren, gab es ja hier. Wieder was zu machen. Und jetzt können wir hier nochmal nachgucken, mit ihm, ob es hier irgendwo noch eine Röhre gab. Keine Röhre. Auf keinen Fall gehe ich da wieder raus. Da wartet bestimmt wieder ein Transport auf mich. Okay. Gut, sieht sehr schön aus. Wunderbar. Dann gehen wir auf zur Polizei. Oder wir geben erst mal den Lippenstift ab. Den sie haben möchte. Nicht meine Marke, aber das sollte reichen. Danke, schätze ich. Was ist das für ein Geruch? Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung, sowas. Was ist denn? Was ist denn? Okay. Verschwinde, ich bin beschäftigt. Okay, dann haben wir alle. Alles erst mal die Hawkins High School. Ah, doch, hier ist noch was. Eine Toilette. Und Gegner. Wow, okay, warum sind die Gegner? Bäm, 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 bäm. Ähm. Der macht seinen Krankenschaden. Oh Gott. Können wir die kaputt machen? Ja, wunderbar. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Leben für mich. Fünf Leben, das ist natürlich geil. Bäm, bäm, schön in die Fresse. Ähm, wir hätten ja eigentlich gar keinen. Nicht killen dürfen, oder? Doch. Ähm, brauchen wir die Röhre später wieder? Lass mal töten wir alle. Sollen wir unten noch einen Gegner? Bäm! Sollen wir unten noch einen Gegner? Nein. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Noch einen Schalter, eine Schlüsselkarte. Jetzt bin ich mir die Arbeit abgenommen, um die Rüstung wegzukloppen. Sehr gut. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde es euch nochmal ganz kurz in kleiner Bounce. Jetzt heißt es nämlich schon wieder rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Stranger Things. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.